Connyland News Der Countdown zum Saison-Grand Opening läuft. Und lange hat man Aufnahmen wie diese unter Verschluss gehalten. Nichts sollte darauf hinweisen, was hinter der neuesten spektakulären Attraktion im Connyland steckt. Doch nun, während die letzten Bagger und Kräne entfernt werden, offenbaren wir, warum unsere Filmcrew mit dem berühmtesten Clown der Schweiz in London war. Hallo, ich bin Gaston Henni und wir sind jetzt hier in London und drehen gerade den Film für den Crazy Professor. Crazy Professor. So also der Name des verrückten neuen Rides im größten Freizeitpark der Schweiz. Es sieht nicht nur aus wie ein spektakuläres Labor. Der Crazy Professor hat viele Überraschungen. Welche das sind? Ab 31. März im Connyland. Der Crazy Professor. Xander Green 빈 Margaret flogue